Ende 2020 erschien im Inselverlag die überarbeitete Neuauflage der Biografie zweier Künstler, Gabriele Münter und Vasily Kandinsky. Die Autorin Gisela Kleine präsentiert ihren Lesern nicht nur Hintergründe zum Leben, sondern auch weitreichende Informationen zur Kunstgeschichte. Ein mit der Münchner Kunstszene verwobenes Leben. Nur durch dich kann ich zu wirklich Großen kommen, schrieb Vasily Kandinsky noch auf der Suche nach einer eigenen künstlerischen Handschrift im Oktober 1905 an Gabriele Münter. So war es und die beiden Künstler förderten sich gegenseitig. Kandinsky mit seiner russischen Seele ein Rastloser, ein Mensch der nicht ankommt. Münter dagegen weltoffen. All ihre Bilder stellen Momente ihres Lebens dar, wie sie sagt. In der Künstlergruppe der Blaue Reiter gibt es zusammen mit Franz Marc und August Macke einen regen geistigen und künstlerischen Austausch. Doch auch hier zeigen sich Grenzen. Nach der Trennung von Kandinsky fühlte sich die Malerin vom Leben herausgeworfen. Die Autorin offenbart durch zahlreiche Zeitzeugnisse wie Briefe und Tagebucheinträge die schwierige Beziehung des Paares. Autobiografisches findet sich in zahlreichen Bildern wieder. Dies greift die Autorin auf. So widmet sie sich zahlreichen Werken der Künstler, die in einem farbigen Bildteil zu finden sind. Ausführlich im Text. Insgesamt ein sehr lesenswertes Buch. Die Autorin wagt einen gewissen Blick der Malerin Gabriele Münter aus sich heraustretend. Intensiv, hinterfragend und schonungslos offen.